Willkommen auf dem Kanal von Meldable MTG. Es gibt wieder ein Unboxing, und zwar gönnen wir uns heute ein Circuit Layer. Und hier habe ich noch ein paar Booster, die schauen wir uns jetzt gleich nach dem Intro an. Und es gibt noch eine Verlosung dazu. Bis gleich. Ja, und es gibt wieder eine Verlosung, wie angesprochen, diesmal was richtig Geiles. Diesmal ist zweiteilig. Also erstens einmal schaut es heute um 21 Uhr, also heute Freitag, 17.12 Uhr, auf Gavel vorbei. Und da gibt es einige Giveaways, also da wird richtig was rauskommen. Und zusätzlich, steht da in der Videobeschreibung, für alle, die dieses Video kommentieren, liken, teilen, wie immer, gibt es dieses T-Shirt. Ein klassisches Magic T-Shirt. XL, 2XL von Defused. Und, ja, wer Bock darauf hat, schaut in der Videobeschreibung, steht alles drinnen, wie man da erlebt. So, und nun machen wir weiter mit unserem Unboxing. Wir haben ein Secret Layer, und da haben wir ein paar Booster. Und jetzt sagen wir, ich starte mal mit den Booster, Secret Layer machen wir am Ende. Schauen wir uns einmal Stimme der Vernichtung an, vielleicht kriegen wir da ein Masterpiece raus. Das finde ich sehr nice. Ein Masterpiece zu ziehen. Dauntless Aven, Blue of Blades. Dann eben Redstalker, Benef the Sands. Und dann haben wir noch die Deserts, die waren ja damals sehr populär. Da hat es ja einige Deserts gegeben in dem Set. mit Cycling, Ruin Red. Dann, Life Goes On. Granitic Titan. Chandras Defeat. Das war einer der besseren Instance im Uncounter-Slot. Gideons Defeat. Das auch geben. DVD of Strength. Und Earth Shaker Kendra. Gute Rare, heißt da, muss rauf und runter gespielt worden. Sehr cool. Und dann noch ein Land. So, zum ersten Booster. Dann, ein Ether Revolt. Auch ein sehr netter Set. Natürlich auch Masterpieces drin. Mal schauen, ob wir vielleicht ein Masterpiece finden. Metallica Buke war ein guter Counterspell. Renegade Map. Oh, sehr Artefaktlastiges Booster. Richtig Artefaktlastig. Dann, Ironclad. Hidden Herbalists. Engraged. Und Green Wheel Liberator. Okay, so viel zu dem Booster. Ein neueres. Syndica Rising. Scorch Rider. Der ist auch gespielt worden die ganze Zeit. Und das Spikefield Hazard. Und die gute Lin Waller Shield of Seagate. Und ein schöner Forest. So. Ein Conspiracy aus dem Jahr 2014. Auch ein geiles Set. Da sind richtig starke Sachen drin. So machen wir auch im Ankammern-Kammern-Slot. Silber Chess Fox. Dann. Wrapping Flames. Trumpet. Pack. Abination. Hang of the Holdback. Gute Karte. Explorer Scope. Squirrel Nest. Combo Piece sogar. Mythic Hydra Omnivore. Hammerkarte. Und noch ein Clockwork Labarren. Ein Elefant-Token. Aber die ist richtig nice. Sehr cool. Dann haben wir noch zwei Jumpstart. Gutes Thema rausziehen. Vampires. Schauen wir uns gleich das zweite Thema an. Und Under the Sea. Under the Sea. Jetzt sind auch Seemonster. Schauen wir. Ein Wal. Kraken. Starfish. Wieder ein Wal. Sind sehr viele Seemonster enthalten. Und das schöne Jumpstart Island. Gut. Und im Vampires. Da ist glaube ich meines Erachtens meistens die Turaner drin. Schauen wir ganz kurz. So. Ne. Das ist das Backman Vito. Vito. Auch nice. Vito ist eine sehr coole Karte. Und im Ankommen Slot haben wir noch einen Gifted Etherband. Der ist sehr gut. Und. Ich glaube ich habe noch einen schönen Sumpf. Ja. Da ist er. Special Sumpf. Nur aus der Edition. So. Wie gesagt. Nicht vergessen. Heute Abend 21 Uhr. Schaut's auf Gavel vorbei. Infos sind in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir uns noch das Secret Lair an. Übrigens ist es Secret Lair Special Guest Fiona Staples. Also ein Artist Secret Lair. So. Was haben wir da schönes? Shark on the Masterless als Bonuskarte. In dem. Wer wusste es die noch gibt. Die Stained Glass Planes Walker. Aber es ist einer der Besseren. Nicht schlecht. Und dann haben wir das eigentliche Secret Lair. Und hier. Sind glaube ich 5 Karten drin. Wir haben hier den. Soul Scar Mage. Dann. Eines der Karten. Worum ich es eigentlich gekauft habe. Auch das Stride of the Lysengrove. Der Boy for Deck. Dann. Sakura Tribe Elder. Absolut geil. Braucht man auch 4 Decks. Spell Queller. Richtig gute Karte. Wurde jetzt vor kurzem reprintet in den Pioneer Decks. Und der Metallic Mimic. Als Piraten. Piraten Artwerk. Schaut auch richtig geil aus. Goblin Pirat. Das sind die 5 Karten dieses Secret Lairs. Die meines Erachtens vom Valley her sehr gut sind. Also da kann man nichts falsch machen. Und wenn man an die Artworks gefallen ist es auch okay. Ich habe es in dem Fall jetzt nicht unbedingt mit den Artworks gekauft. Sondern eigentlich nur die Karten für Decks brauche. Also die. Die Hälfte der Karten bis auf die 2. Die brauche ich alle für Decks. Die brauche ich dann wirklich. Okay. Das war es für heute. Nicht vergessen. Wie gesagt. Bitte liked. Kommentiert das Video. Lasst ein Abo da. Und schaut wegen der Gewinnspiele. Einmal heute auf Gable um 21 Uhr. Und. Nach natürlich noch. Für das T-Shirt. Dieses Video bitte kommentieren. Like und teilen. Okay. Danke. Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.